immer schon ein bisschen weg sich schon praktisch da muss ich auch oben sein wenn sich das bewegt was mache ich denn hier die störung nicht kapieren hier her es bewegt sich da was aber mal schauen ob ich da und wir ok da bewegt sich was jetzt schnell die chance nutzen die nummer wollen wir nicht wirklich helfen da hoch ich kann ich irgendwie das in die mitte schieben irgendwie muss zu dem nummer dahinter wer könnte mir zwei schon zu zweit würde es vielleicht auch gehen kommt man mit ihr zwei wird versuchen was mal so ich bin mir sicher das klappt noch nicht man versucht wer es mal wert ok eine 2 wenn ich mich jetzt noch dran hänge steigen die beiden ab ok wo ich wohl wirklich diesen waren dort vielleicht jetzt in der mitte ist so wird das nie was da komme ich doch so nicht hoch oder verdammt das wäre das spiel hier von mir kann ich eine kiste irgendwie hier verschieben oder kiste von da drüben hier wäre eine idee spielen die damit den regalen interessant hier meine kiste mitnehmen ist jetzt eine verzweifelte tat verzweifelte verzweiflungstat aber es geht außerdem nicht ich kann es nicht nur die quelle über die sache schieben okay die boxen sind ja auch nicht dazu gut oder okay der bewegt sich von selbst irgendwie spiel mit der schublade die haben spaß ja komm jetzt warte ich bis das herkommt ich finde die brutze ich die norma die kleine norma ich könnte auch hier irgendwie am regal lang klettern ja okay verdammt jetzt bin ich auch noch gestorben und der gnome kann man rüber um uns ach jetzt ist er wieder jetzt muss ich die wieder einfangen ist das doch blöd wie ging man das denn hin wenn die norma mehr doch helfen würden das wäre natürlich am besten wenn die für mich den wagen schieben würden kann ich vielleicht irgendwie tragen und dann dann beauftragen dass die hier mal wagen schiebst und was ist jetzt hier der plan irgendwie kann ich auch an den schubladen entlang können wir auch gleich nochmal versuchen ohne runter zu fallen ach diese fangerei ist jetzt auch immer verdammt so schnell bin ich doch nicht unten ach der falsche das habe ich doch vorhin schon mal hingekriegt nicht den greifen sondern hier rüber und jetzt jetzt hier hin springen nein nicht dorthin danke noah machst gleich mal den abonnieren text gleich mal den link zu meinem kanal reingeschickt gut mit gedacht es muss geübt sein hast du aufmerksam die letzten streams verfolgt wir sehen dass das immer da drin stand ein lernfähiger luhr wie kriegen wir dich denn jetzt ach komm sieht lustig aus für euch aber ich finde es nicht so toll nicht so doll jetzt ok jetzt rennt er hier lang jetzt muss ich doch jetzt verdammt dann bleibst du stehen das dauert hier noch ein bisschen ist natürlich kleiner und gewendiger als ich der kollege hier jetzt hat er mich natürlich stolpern gehört ach verdammt so dicht dran ach meine fresse bleibt doch hier erstmal unten dann versuche ich erstmal hier lang zu kommen dann bleibt der eine gnome hier noch nach links können wir auch sehr gut jetzt nach oben von hier aus nach links von hier aus nach links dann komm sieht nicht so gut aus da komme ich nicht lang so hier hier komme ich nicht weiter weil da oben da oben ist zu hier komme ich auch nicht hoch das heißt ich muss hier runter sehr gut jetzt noch ein bisschen weiter da kommen nicht zurück rüber deswegen ist das gott ja genau ist auch nicht schlecht da könnte auch drauf kommen na komm jetzt ein gezielter sprung sehr gut haben wir den schmierfink der die wände vollmalt kommst du mit runter so komm sehr gut jetzt müssen wir nur noch den dritten einfangen der versteckte spielchen macht hinter sich hat leider nichts ist äußerst schlecht so muss der dritte das ist auch da wo ist er wo ist er wo ist er da ist er verdammt na komm da rüber verdammt verdammt ich will nicht mehr du bist der falsche du bist der falsche Mistkerl hier geblieben ich habe schon den Hausmeister besiegt den krieg ich den jetzt auch noch gefangen natürlich könnte er dann in die andere richtung so wo habe ich dich wo kriege ich dich das war dich dann kann man die vielleicht irgendwie dahin in deren richtung werfen in seine richtung in der gnome der tut sich noch ein bisschen ich wüsste wie der lang krannte und ist inkontrollierbar ich dachte jetzt hätte ich ihn schon gehabt ach komm wir verschwenden hier eine unnötige zeit ich war direkt bei ihm das müssen wir nur noch greifen der kollege ist das hier wie habe ich denn das das erstmal hinbekommen hm ich beobachte da bringt es mir nichts ich muss eigentlich direkt in ihn hineinspringen um das dann um entgreifen zu können ach mensch weißt wie viel bock ich jetzt darauf habe haben wir schon mal versucht mit den zweien aber zu zweit bringt das hier nichts ah fördern mich manche rätsel hier im spiel ich sag mal so dann bin ich dankbar wenn sie vorbei sind die rätsel wie ich sie geschafft habe zwei reichen da nicht na was na was na was was ist denn jetzt hier was will ich denn da wenn wir da jetzt durchgekommen sind was ist denn der witz an der sache wenn wir da jetzt durch sind hm da kam ich doch gerade erst her jetzt haben die anderen wichteln nicht hier im mikrum stehen können es ist ganz am kurzen wie ich dich denn jetzt du wicht ich hab keinen bock mehr ich will nicht mehr spielen spiel ist vorbei ich gebe auf ich will nicht mit nicht mehr mit dir fangen spielen hast gewonnen meine fräse und sonst so was gibt es denn jetzt bei dir was läuft bei dir außer dieser stream gerade wie war der feiertag gestern und wenn wir uns hier ein bisschen unterhalten wenn ich hier noch am rumspringen bin versuche den schweiß gnome einzufangen monje Untertitelung. BR 2018